Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Superhot Folge 7 So, jetzt gehts hier mal weiter mit dem Spuk So, verlasse diesen Körper Ah, immer die scheiß Shotgun Alter Alter Super Super Hot In Arbeit Was? Achso Ach, das ist eine neue Mission Ist nicht sicher nicht möglich Obkommen Ah, aber gut, dass man jetzt so... Ich kann mich theoretisch wohl einfach beireden. Ist ok. Geht doch nicht. Ich hab gedacht, dass du hoch... Dann zerplatzen dich. Das ist immer ganz leicht. 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 Ah, nicht mehr da. Nein, ich hätte mich umwandeln sollen. Das ist immer ganz leicht. 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 Ah, das ist so knapp. Das war glaube ich der letzte sogar. Das ist immer ganz leicht. Ja, die schicken wir sofort. Das ist immer blöd. Das sollte länger dauern. So paar Sekunden bis sie es bemerken. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht das. Ich angefang mich im. Dekster. Das war richtig. Du hast ja auch für mich. Du hast ja auch für dich. Ach, du hast ja auch für dich. Ja. Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für mich. Du hast ja auch für dich. Das war's für mich. Ahhhh... Das war's für heute. Alter, das ist echt heftig. Alter, zwei auf einmal. Alter, das war ein geiles Ende. Harter Tag. Ja, das war klar, dass da jemand kommt. Die kommen nie allein. Die sind wie Türke. Das war's. Wow. Du bist gefeuert. Super. Super. Und. Jetzt bist du unser Werkzeug. Mit dir zerstören wir den Feind von innen. Brauchst du mehr Informationen an die Arbeit? Loll. Letzte Verstellung. Ich habe mich gerade in den einen verwandelt. Ich habe mich gerade in den Augen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.